Moin Leute, es gibt Neuigkeiten im Relais-Gate-Fall, die ich euch nicht vorenthalten will. Der Hersteller Dai hat sich zu den Vorfällen auf einem Investorentreffen in China geäußert und diese Infos sind schon sehr krass, wie ich finde. Und es gibt zunehmend Hinweise darauf, welche Hersteller noch betroffen sind und welche nicht. Deswegen heute dieses Update, um euch hier auf dem Laufenden zu halten. Die ganze Sache hat riesige Wellen geschlagen und es ging halt so weit, dass wir wirklich ein Thema in China waren, zumindest im Bereich der erneuerbaren Energien. Das zeige ich euch gleich noch. Und die in den Fokus unserer Recherche geratene Firma Dai hat jetzt reagiert. Und zwar zuerst mit folgendem Schreiben. Danach kommt noch was, also wartet noch einen Moment. Das war jetzt erstmal nicht wirklich ergiebig, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also ihr müsst es nicht unbedingt durchlesen, da steht jetzt nicht schrecklich viel drin. Aber danach, und das ist jetzt der aktuelle Stand, das war interessant. Die hatten nämlich folgende Idee, die man auf der führenden chinesischen Newsseite zum Thema regenerative Energien finden kann. Das seht ihr hier. Ich habe das jetzt hier mit DeepL übersetzt und nochmal so ein bisschen für euch zusammengefasst, sodass man es halt ganz gut lesen kann. Am 9. Juli hat Dai ein Investorentreffen zum aktuellen Thema abgehalten. Und zwar ging es genau um diese Krise. Da ging es um mehrere Punkte. Der erste Punkt ist, Dai sagte, dass das Unternehmen hat immer die Qualität der Produkte und die Interessen der Verbraucher in den ersten Platz gestellt. Also quasi, das war bei denen immer sehr wichtig. Die Kosten für dieses Hongfa-Relais, was wir ja kritisiert haben, was fehlt und im Zertifikat stand, sind nicht sehr hoch und haben an den Kosten der Mikrowechselrichter nur einen sehr geringen Anteil. Das Unternehmen betonte also, dass es nicht um die Kosten ging. Das kann ich mir tatsächlich wirklich auch nicht vorstellen. Also ich glaube, das ist ehrlich. Zweitens, das Unternehmen startet ein Upgrade-Programm, um dieses Hongfa-Relais extern nachzurüsten. Falls es im Stromnetz oder in dem Gerät zu Anomalien kommt, wird die automatische Abschaltung des Geräts gestartet. Es wird dieselbe Wirkung wie mit dem Hongfa-Relais, wenn es quasi verbaut wird, erreicht in derselben Zeit. Also eine bequeme After-Sales-Wartung, so haben sie es jetzt genannt. Ich erkläre euch gleich nochmal kurz, was das jetzt genau bedeutet. Der Plan wird innerhalb eines Monats abgeschlossen sein und drei Zertifizierungsstellen werden eingeladen, das Ganze dann zu zertifizieren. Also das war jetzt wirklich der Lösungsvorschlag, den wir gemacht haben. Bedeutet, dass wir jetzt irgendwie so eine Art externes Gerät nehmen. Das stecken wir irgendwie an den Mikrowechselrichter dran und dann kommt da noch ein Kabel dran und das geht dann quasi in euer Netz. Das heißt, ich setze das Relais einfach außen dran. Wenn ihr so einen Wechselrichter habt, bekommt ihr bald wahrscheinlich so ein Gerät. Das ist auch schon der dritte Punkt. Die Geräte deutscher Kunden werden kostenlos aktualisiert. Der Benutzer kann den Tausch selbst vornehmen, ohne Fachleute und die Garantie wird von 10 Jahre kostenlos auf 15 Jahre verlängert. Dai sagte, dass sich derzeit 400.000 Geräte in Deutschland befinden. Und der nächste Satz, der war ein bisschen komisch übersetzt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht genau, welches Wort jetzt hier korrekt wäre. Das ist natürlich eine Aussage. Darüber hinaus stellt das eingebaute Hongfa-Relais laut Fachleuten extrem hohe Anforderungen an die Produkte. Mit Ausnahmen einiger weniger Unternehmen kann das eingebaute Hongfa-Relais aus Patent, Technologie und anderen Gründen keine 25 Jahre ährige Lebensdauer erreichen, gleichzeitig mit dem Wechselrichter. Also es scheint hier so ein bisschen so ein Haltbarkeitsproblem zu sein. Woher die Aussage kommt, konnte ich jetzt tatsächlich nicht ganz verstehen. Also ob die jetzt quasi die Aussagen aus YouTube meinten oder ob das deren eigene Aussage war, da muss ich zugeben, kann ich hier jetzt nicht nachvollziehen. Das muss man jetzt hier dazu sagen. Ja, was ist davon zu halten? Fangen wir erstmal mit der Problemlösung an. Hierzu müssen wir erstmal verschiedene Sichtweisen einnehmen. Das erste sind die Kunden natürlich. Das heißt, ihr besitzt zum Beispiel so einen Wechselrichter oder habt gerade einen bestellt, wie auch immer. Vermutlich ist das Problem damit behoben, denke ich. Das wäre dann laut VDE ein sogenannter externer Kuppelschalter, was ebenfalls zulässig wäre, ob der jetzt allen Anforderungen genügt und ob die Abschaltzeit jetzt wirklich korrekt wäre und wie das alles genau damit ist, dass man den ja auch theoretisch wieder entfernen könnte und dass natürlich einige Leute auch Festinstallationen haben. Das heißt, der Kuppelstecker oder dieses externe Gerät müsste dann wirklich direkt am Ausgang des Wechselrichters sein und am besten nicht an der Schuko-Steckdose. Das weiß ich aber alles nicht. Das stand jetzt hier nicht drin. Das hat eigentlich jetzt am Ende die Zertifizierungsstelle oder die drei Zertifizierungsstellen, wie sie es hier genannt haben oder die sie eingeladen haben, dann zu klären. Aber zumindest scheint das Unternehmen hier erstmal zu reagieren und nach Lösungen zu suchen und die Sache jetzt wirklich ernst zu nehmen, was jetzt ich persönlich erstmal positiv finde und auch gut. Ja, die andere Sicht, das sind natürlich die Händler. Und ich glaube, hier wird es etwas schwieriger, das befürchte ich. Denn ein Händler, der jetzt zum Beispiel sehr viele von diesen Dingern bereits auf Lager hat und natürlich Geld dafür bezahlt hat, der wird das sicherlich etwas, ich sag mal, differenzierter sehen und sich vermutlich Sorgen darüber machen, ob er die betroffenen Wechselrichter noch loshört. Hier wird sicherlich noch, ich sag's mal vorsichtig formuliert, Redebedarf zwischen dem Hersteller und den Händlern existieren. Ich hoffe natürlich auch hier, dass das alles ordentlich gelöst wird und wenn wir da irgendwie zu beitragen können, tun wir das natürlich. Eine extrem wichtige Frage, wo ist die Bundesnetzagentur? In einer E-Mail des Herstellers wird behauptet, und ich zitiere jetzt, wir sind bereits in Kommunikation mit der deutschen Regierung und werden externe Relais irgendwie hinzufügen oder senden, das hatten wir gerade gesehen, um das Problem zu lösen. Wenn sie zustimmen, wird der Vertreiber ihnen dann ein externes Relais zusenden. Wer jetzt mit die gemeint sind, weiß ich hier nicht genau, das war nicht klar, aber ich vermute, es ging jetzt hier um den Händler, der angeschrieben wurde. Und was dazu steht, das ist eben das, was ich vorgelesen habe, das ist die Aussage, die Region ist nicht der wichtigste Markt des Unternehmens und die zuständigen deutschen Behörden werden das Unternehmen nicht bestrafen bzw. sanktionieren. Das ist schon eine starke Aussage, finde ich. Das klingt für mich so, als hätte die German Federation hier bereits ein Signal gegeben, geht in Ordnung. Deswegen liegt es auch nahe, dass hier bereits Kontakt besteht und an einer Lösung gearbeitet wird oder wurde. Das wäre klar, total wünschenswert. Also wie gesagt, keiner will hier, dass hier irgendwie ein totaler Riesenschaden entsteht. Das ist wirklich nicht irgendwie das Ziel von irgendwem hier. Hilfreich wäre auf jeden Fall ein Statement der Behörde. Alleine schon, um zu wissen, ob die Lösung jetzt wirklich in Kooperation entstanden ist, so wie der Hersteller das offiziell verkündet hat. Ich glaube, das ist so die größte Frage, die mir am öftesten gestellt wurde und zwar, welche Wechselrichter sind jetzt eigentlich alles betroffen? Also Georg vom Kanal Enercap hat mehrere Wechselrichter mit dem Röntgengerät untersucht und dabei sind wir auf folgende Ergebnisse gestoßen. Der Dyson M80 G3 EUQ0, der hat ein einpoliges Relais, aber an einer ungewöhnlichen Stelle verbaut. Ich erkläre gleich noch kurz, was das bedeutet. Der NEP, der hat kein Relais verbaut. Der Holmaltz HM600 hat ein zweipoliges Relais beim Leistungsausgang verbaut. Und der E-Star HM800 hat auch ein zweipoliges Relais am Leistungsausgang verbaut. Also bei Heumaltz und bei E-Star kann man sagen, scheint alles in Ordnung zu sein. Bei den anderen sind wir natürlich nicht 100% sicher, ob ebenfalls ein Zertifizierungsproblem existiert, aber es besteht hier zumindest die Möglichkeit. Ein einpoliges Relais, so wie ich es gerade gesagt habe, könnte je nachdem ein Problem darstellen, muss es aber nicht. Hier kommt es extrem darauf an, wie und wo es angeschlossen ist. Das sollte jetzt genauer untersucht werden. Das ist wirklich in der Kürze der Zeit für uns nicht machbar, denn bitte denkt daran, wir machen das hier alles in unserer Freizeit. Und eigentlich sollte das hier nicht unser Job sein. Mehr dazu dann zu gegebener Zeit bei Georg auf dem Kanal Enercap oder auch bei Christian auf dem YouTube-Kanal Der Kanal, denn er hat in seinem Video einige Wechselrichter mehr getestet. Da könnt ihr auch nochmal reingucken. Der Kanal BenzHacks konnte bei Heumaltz ebenfalls Entwarnung geben, was ich hiermit jetzt auch bestätigen kann. Also da scheinen wir uns mittlerweile relativ einig zu sein, da scheint es kein Problem zu geben. Zumindest für die, die wir betrachtet haben. Außerdem schreiben uns einige Leute zum Beispiel über Heumaltz und auch Bosswerk, dass hier ein Klicken zu hören ist. Also wenn man den quasi einschaltet und der aktiv wird. Und das deutet auch auf ein Relais hin. Ob so ein Relais jetzt aber auch das tut, was es soll, kann man nur am Geräusch natürlich nicht feststellen. Das heißt, nachprüfen können wir diese Infos jetzt nicht abschließend. Und dennoch freut es mich erstmal, denn zumindest scheinen Heumaltz und Easter kein Problem zu haben. Auch bei Bosswerk scheint es irgendwie positive Hinweise zu geben, die ich jetzt erstmal, wie gesagt, als gut empfinde. Ich denke, das sind alles insgesamt positive und gute Hinweise und auch Nachrichten. Mich erleichtert das sogar extrem. Also wie gesagt, ich freue mich halt über jeden Wechselrichter, der diesen Mist halt nicht hat, weil das einfach scheiße ist. Keiner von uns will das. Aber ja gut, warten wir ab, was noch weiter rauskommt. Die Recherche, wie auch die Messung und Arbeit hinter dem Ganzen entstand in einem Verbund aus YouTubern. Zum Beispiel Jens vom Kanal Volt Ampere Looks und auch Christian von der Kanal. Die waren hier relativ früh ganz gut dabei und haben auch viel hier in gemeinsamer Arbeit beschrieben und das auch gemacht. Und ich kann es immer wieder nur sagen, Jungs, richtig gute Arbeit. Also das gesamte Team hier, ich finde es alles richtig, richtig cool. Und auch der Rest des ganzen Teams, alle dazugehörigen Videos sind unten in der Beschreibung verlinkt. Also guckt auch da bitte rein, denn auch da stehen viele wertvolle Infos drin. Ich habe hier nicht alles zusammengetragen, das ist jetzt wirklich nur ein kleiner Teil des Ganzen. Also guckt auch bitte da rein, das lohnt sich. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.